Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute geht es um den tatsächlichen Ressourcenzugriff. In unserem Fall, Achtung ganz kurz, heißt die Ressource Bob und wir heißen hier als Client Alice. Dürfte so ziemlich der Standard sein für solche Dinge, aber ich wollte es nur ganz kurz sagen. Hier nochmal kurz das Übersichtsschaubild. Wir hatten uns letztes Mal angeguckt, wie wir hier einen glaubhaften Beweis liefern, dass wir Alice sind an den Ticket Grounding Server. Sprich, wir authentifizieren uns, es wird alles schön verschlüsselt und nur wir haben Zugriff auf den richtigen Schlüssel, damit der Ticket Grounding Server uns natürlich hier glaubt, dass wir wir sind. So, das haben wir hier alles gemacht und das schaut ihr euch am besten in den vergangenen Videos an. Heute wollen wir uns jetzt mit dem Ticket Grounding Server und dem Ressourcenzugriff beschäftigen. So, nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Was der Ticket Grounding Server bekommt, ist das Ticket Grounding Ticket, damit der Session Key auch beim Ticket Grounding Server ankommt. Dann noch den Authenticator, das heißt, damit beweisen wir, dass wir auch wirklich Alice sind. Dann die Timestamp, die wir hier brauchen. Die Ticket Lifetime, die Nons und worauf wir eben Zugriff haben wollen, in unserem Fall Bob. So, und jetzt schickt der uns doch was zurück. Und zwar, wenn der uns glaubt, dass wir wir sind, sprich, wenn wir bewiesen haben, wir haben den Session Key, was wir ja müssen, sonst passiert überhaupt nichts, dann kriegen wir hier den TGS Reply zurück oder die TGS Reply zurück mit unserem Namen, dann mit der Dauer oder mit der Länge der Dauer des Tickets, also wie lange ist dieses Ticket hier gültig und dann hier mit der Länge von dem ganzen Paket, damit man auch weiß, wie viel man erwartet. Was im Ticket drin steht, sind wir ja schon gewohnt, kommt nachher. Aber es ist verschlüsselt dieses Mal mit dem Master Secret von Bob. Das hat niemand außer Bob und dem KDC, das heißt, der kann es ausstellen und nur Bob kann das dann jetzt entschlüsseln, das heißt, niemand anders kann das Ding auch verändern. So, und anschließend haben wir hier noch einen Teil, den wir als Alice auch wieder entschlüsseln können und mit dem wir auch wirklich was anfangen können, nämlich hier erstmal den Session Key zwischen Alice und Bob, den wir nachher benutzen werden, zur Kommunikation tatsächlich. Die Nons, die wir gerade schon gesehen haben, und zwar hier in unserem Request war eine Nons drin, und das ist dieselbe Nons, damit wir im Endeffekt hier auch keinen Replay-Angriff starten können. Die Lifetime von dem Ticket ist hier auch nochmal mit verschlüsselt drin. Der Ressourcenname, auf den wir Zugriff haben wollten, ist hier auch nochmal mit verschlüsselt und die Timestamp von dem Ticket-Granting-Server hier ist auch mit verschlüsselt worden, nur für uns sozusagen. So, Achtung, das kann jetzt auch wirklich niemand öffnen, außer uns und dem Ticket-Granting-Server und dem Authentication-Server, aber der ist uns jetzt egal. Bob kann damit auch nichts anfangen. Was Bob aber bekommt, und zwar unverändert, ist das Ticket. Und in dem Ticket steht auch der Session Key drin. Es steht auch gleichzeitig drin, welchen Namen der Client hat. Gut, die Client-Adresse steht auch drin, aber das macht keinen Sinn, haben wir uns ja schon mal drüber gekümmert. Und wir haben hier die Länge, also damit Bob natürlich weiß, ist das Ding noch gültig oder ist es nicht mehr gültig. Es ist 60 Minuten gültig. Und die Timestamp, die aktuelle, haben wir auch drin. Und natürlich den Servernamen haben wir auch drin. Warum den Servernamen? Der Servernamen ist zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt hier noch eine Ressource C habe, könnte ich einfach mein Ticket benutzen und an Ressource C gehen. Der würde dann denken, hey, das ist mein Session Key. Okay. Denn in dem Session Key steht ja nicht drin, dass irgendwie für Bob der Session Key ist oder sowas. Das Problem allerdings wäre trotzdem hier, ups, andere Richtung wollte ich, dass das Ganze mit dem Master Secret von Bob verschlüsselt ist. Das heißt, hier würde dann C auch merken, ich kriege das nicht entschlüsselt und deswegen ist das Ticket nicht für mich. Man schreibt das ganze Ding aber trotzdem nochmal hier rein für die ganz Blöden, damit man es auch wirklich doppelt checken kann. Warum auch immer. Ja, und mit diesem Ticket hier landen wir jetzt endgültig bei Bob. Und Bob glaubt uns, dass wir wir sind. Denn, ähm, was wir jetzt nämlich zu Bob schicken, ist folgendes. Und zwar den sogenannten AP Request. Das kennen wir ja eigentlich schon. Ist relativ ähnlich wie das, was wir auch schon gemacht haben. Und zwar enthält der das Ticket. Das heißt, Bob hat, wenn wir diesen AP Request geschickt haben, auch die Möglichkeit hier den Session Key auszulesen. Alles kein Problem. Er weiß, wie lange das Ding gültig ist und so weiter und so fort. Und, ähm, jetzt können wir beweisen, dass wir auch den Session Key haben, den natürlich nur Alice haben kann. Sprich, der Authenticator enthält auch wieder Name und Timestamp. Also Alice und, äh, 28, da was auch immer, 5 Uhr oder sowas. Und das wird mit dem Session Key verschlüsselt, den natürlich Bob auch hat. Das heißt, er kann das Ganze auch wieder entschlüsseln. Und damit die Timestamp auch wirklich eindeutig ist, hängen wir die hinten dran nochmal im Klartext an. Ja, und damit ist Bob überzeugt davon, dass wir auch den Session Key haben. Und wenn wir den Session Key haben, dann müssen wir ja offensichtlich berechtigt sein, durch den Ticket-Granting-Server so ein Ticket zu bekommen. Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem ganzen System hier. Das war jetzt wirklich, wie das Ganze auf Netzwerkebene aussieht. Aber es gibt natürlich auch noch die Komponente, darf Alice überhaupt auf Bob zugreifen? Und das an sich ist eine komplett eigene Playlist. Die nennt sich dann später Access Control oder Zugriffskontrolle. Ich muss noch überlegen, wahrscheinlich werde ich Zugriffskontrolle nennen, weil sonst wieder irgendwer denkt, dass es auf Englisch ist. Und ja, da würde ich dann ganz gerne auf das darf Alice drauf zugreifen eingehen. Denn das ist noch sehr, sehr viel komplizierter fast, als das, was wir jetzt gemacht haben. Weil es einfach noch mehr umfasst. Das ist ja relativ eindeutig, was man hier zu tun hat. Dort kann man aber sehr, sehr viel selbst auswählen. Und ja, werden wir uns dann dort angucken. So, ja und damit ist Bob überzeugt, dass wir wir sind und gibt uns sozusagen Zugriff auf seine Ressource. Und zwar genau für so lange, ups, andere Seite, wie dieses Ticket eben gültig ist. Jetzt, wo ist hier eine DDoS Protection eingebaut? Pausiert mich kurz, denkt selbst drüber nach und überlegt mal, wo wir hier tatsächlich Schutz vor DDoS haben. Okay, jetzt geht's weiter. Schauen wir nochmal ganz weit zurück. Und zwar in die andere Richtung. Hier finden wir jetzt dieses Ticket-Granting-Ticket hier. Das müsste nicht hier sein. Man könnte das ganze Ding auch auf dem Server lassen. Man müsste es nicht für Alice irgendwie schicken, damit Alice das an den Ticket-Granting-Server weiterreicht. Nein. Aber, was das natürlich als Vorteil hat, ist folgendes. Wenn wir das auf Alice auslagern, dann können gefälschte Pakete einfach sozusagen rausgefiltert werden. Sprich, sagen wir mal, ich gebe mich jetzt hier als Alice aus und sage, mein PC hat die IP-Adresse 192.168.012. Das heißt, ich schreibe einfach in mein IP-Paket diese Adresse hier als Absender ein. Aber in Wirklichkeit habe ich ja eigentlich eine andere Adresse. Die kann ich nicht einfach so fälschen. Und was dann der Authentication-Server macht, ist, er packt sich dieses komplette aufwendige Ding hier, dieses Paket hier zusammen. Aber das geht relativ schnell. Wichtig ist, dass er nichts speichern muss. Müsste er das Ticket-Granting-Ticket speichern, dann würde er irgendwann überlaufen und hätte nicht genug Speicher und würde zusammenkrachen. Aber er schreibt das Ticket-Granting-Ticket einfach in die Antwort mit rein. Das braucht ein kleines bisschen mehr Rechenzeit, aber dafür muss er nichts speichern und zwar gar nichts. Und schickt es an diese Adresse zurück. Diese Adresse sagt aber, ich empfange oder ich erwarte kein Paket von dir, also verwerfe ich das. Und ich, der das Paket eigentlich gefälscht habe, der empfängt, ich empfange überhaupt nichts. Weil das Paket ist ja gar nicht an mich adressiert. Ich habe ja nur so getan, als würde ich da wohnen. Das ist in etwa so, wie wenn ihr jetzt zur Post geht und schreibt irgendeinen Brief an irgendwen mit Absender völlig andere Adresse wie eure eigene. Und wenn dieses Paket nicht zugestellt werden kann oder wenn derjenige euch antwortet, dann antwortet er natürlich an die Absenderadresse. Die Absenderadresse ist aber kompletter Bullshit, sprich, die wird nicht gefunden und das Paket, also sprich euer Antwortbrief, geht verloren. Das heißt, ein Angreifer kann hier nicht einfach den klassischen DDoS machen und IPs fälschen und darauf hoffen, dass hier alles zwischengespeichert wird und der Server dann irgendwann abstürzt. Denn sonst könnte man natürlich hergehen und einfach eine Milliarde IP-Adressen so tun, als wäre man die, könnte alle hinschicken und der Server müsste sich eine Milliarde Ticket-Granting-Tickets speichern. Und das wäre fatal, deswegen lagert man den Zustand hier in das Paket aus und auf den Client sozusagen. Ja und natürlich bei dem Ticket-Granting-Server hier brauchen wir das nicht mehr so dringend, aber ist im Endeffekt genau dasselbe Prinzip hier gemacht worden. Man verschlüsselt einfach das ganze Ding und lagert den Zustand auf den Client aus. Man schickt nicht selbst das Paket an unseren Server, sondern man schickt das Paket einfach direkt wieder zurück und der muss dann eben beweisen, dass er er ist. Also der Client muss alles beweisen. Das ist sehr, sehr praktisch und spart wie gesagt Rechenzeit und ist ein super Schutz gegen DDoS. Also wenn ihr irgendwann mal in der Gefahr seid, dass ihr DDoS-Angriffe habt und ihr speichert euch bei jeder Verbindung was, dann wisst ihr, wo ihr was machen könnt. Einfach nicht mehr für jede Verbindung was speichern, sondern sagen, hey, ich speichere das beim Client, indem ich ihm einfach wieder die Informationen gebe, aber verschlüsselt, sodass nur ich sie wieder entschlüsseln kann. Also im Endeffekt, ja, ziemlich tricky, aber auch cool. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.